Morgen! Das gefällt mir, siehst du? Ich bin der Thomas. Und? Wie alt bist du denn? Siebzehn. Wollte ich mal siebzehn. Darf ich? Ja, wir sind gespannt. It's like me. I once was lost. But now I'm found. Was blind. But now I see. Thomas? Sehr gut. Noch eins? Ja, bitte. Welches? Nein, das war jetzt einmal... Ein schnelles? Wir sind ja nicht im Speedlaufen. Nein, aber das war sehr, sehr, einmal verzagte Musikalität. Bei uns geht's schon auch darum, wir wollen natürlich ein paar Poptitler. Ist klar. Also, was immer du hast. Was immer du hast. Everybody started on a Saturday night. Everybody's waiting for me to arrive. Sending out the message to all of my friends. We'll be looking flashy in my Mercedes-Benz. I got lots of dial, check my gold diamond rings. I can go for miles if you know what I mean. I'm coming up so you better get this body started. I'm coming up so you better get this body started. Hey. Okay. Normalerweise scheitern ja alle an Pink. Bei dir ist die Lauten liegen geblieben, sagen wir so. Aber jetzt hätten wir noch gern was Deutsches. Was Deutsches? Von Roman und Julia? Habe ich was verbreitet? Okay. Tschüss. Ich bin nicht von Wichtigkeit, ich bin nur ein Freund aus Kinderzeit. Diese Tage aber scheinen weit, es ist vorbei. Alles war so unbeschwert, doch heute läuft alles ganz verkehrt. Denn der Tod brach über uns herein und zerstörte unser leichtes Sein. Wir waren Herrscher dieser Welt, davon heut nur noch ein Traum erzählt. Auch wenn morgen hell die Sonne lacht, Julia wird ihm nicht zurückgebracht in die Welt. Ich bin verzweifelt. Wie sag ich's bloß? Wie sag ich's bloß? Sein Leid wird grenzenlos. Wie sag ich's bloß? Dass die Frau, die all sein Glück nie mehr wiederkehrt zurück. Dass in dieser dunklen Zeit nur noch ein einziger Freund ihm bleibt. Wie sag ich's bloß? Wer hat es los? Wie sag ich's bloß? Wie sag ich's bloß? Wie sag ich's bloß? Du hast den Matthias Edenborn gut studiert, ne? Ich liebe Roman und Julia und Elisabeth und alles. Und überhaupt. Und das Leben auch. Ich liebe alles. Und das Leben liebt dich und wir lieben dich auch. Gut. So sehen wir uns jeder. Aber bitte. Keine Pinte? Nein, ein Problem. Das nebenbei. Bereite eine bunte Palette an Popsongs vor. Und dann bitte eins. Im Speed geh ein bisschen zurück. Du bist jetzt da sehr dick jetzt eigentlich am Stuhl. Das war zwar alles schon gut, aber du kannst gewinnen, wenn du dich selber ein bisschen zurücknimmst. Selbst... Selbst... Aufpassen. Selbst... Wie sag ich's bloß? Ist abgespeedet. Echt? Ja, ja. Wahnsinn. Also doch, 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 doch. Das fällt dir nämlich gar nicht auf, weil du pulsierst so vor lauter Begeisterung. Ungefähr 10 geht's schneller. Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Wie hoch ist dein Blutdruck? Ich weiß nicht. Nein, das ist ganz normal bei dir. Das ist ganz normal bei dir. Aber schau vielleicht da einfach ein bisschen runterzukommen, dann kannst du echt noch gewinnen, glaube ich. Ja, genau. Die bewegten Sachen kannst du auch sehr gut. Schau mal fürs nächste Mal, dass du auch ruhigere Balladen tragende auch... Also wie gesagt, Amazing Grace war ja super zum Einschauen, nur such dir irgendeine Pop-Ballade, wo man schön... Ja, so habe ich es. Aber wir freuen uns. Gut, Thomas. Thomas, große Freude. Ja, ja. Ich auch. Danke. Danke. Wieder?